Musik So, hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dinosaurs. Wir sind hier in unserer wunderschönen, ja, Dino-Anlage. Und ihr könnt auch schon sehen, ich habe hier die Decke ein wenig bearbeitet. Und zwar war dieser Stein vorher nicht da. Ich habe es jetzt nochmal ein bisschen verschönert. Ich glaube, es sieht auch schön aus. Guckt euch das mal an. Vorher war es nämlich irgendwie so abgegrenzt. Und jetzt ist das ein schöner Übergang. Also auf jeden Fall besser als vorher. Und ihr seht auch schon, was ich hier im Inventar habe. Nämlich ein Ankylosaurus-Eck. Genau, und wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Ach ja, wir haben das Ankylosaurus-Gehege gebaut. Und da sind wir jetzt auch. Ich werde da einfach mal hinlatschen. Und zwar dachte ich mir, ja, machen wir es einfach so ähnlich wie hier. Weil das ist bisher einfach das schönste Gehege. Schaut es euch an. Es sieht einfach genial aus. Und so wollte ich es auch bei dem Gehege hier haben. Und deswegen habe ich das jetzt schon mal so weit fertig gemacht. Es ist sehr ähnlich dem hier. Wenn man mal schaut. Außer die Fahne, die kommt aber später. Und mit dem Licht muss ich auch nochmal gucken. Weil mit dem Licht ist es noch nicht die optimalste Lösung. Glas habe ich auch noch mitgenommen. Und würde ich erst mal sagen, werden wir nochmal die Glasfassade hier machen. Und danach kann es losgehen. Dann werden wir mal unseren Ankylosaurus setzen. Wir hatten bisher keinen einzigen Ankylosaurus. Deswegen ist es sehr spannend. Ein komplett neuer Dino. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das enden wird. So wollen wir das Glas mal richtig schön hier hin machen. Das Glas ist insoweit wichtig, damit der Ankylosaurus, wenn er schlüpft, nicht sofort rüber springt. Deswegen erst das Gehege bauen und dann den Dino reinsetzen. Ist ja auch logisch. Andersrum würde das irgendwie wenig Sinn ergeben. Oh, und apropos. Ich habe hier noch was vergessen. Und zwar drei Biofossilien. Das wäre ja schlimm, wenn ich das jetzt vergessen hätte. Also immer abbauen damit. Hier sind auch wieder welche. So, zack. Wenn wir die nicht vergessen, ist es nicht gut. Hätten wir die damals vergessen beim Ankylosaurus, hätten wir jetzt immer noch keinen Ankylosaurus. Okay, dann würde ich sagen, werden wir erstmal ein bisschen Fahnen pflanzen. Das können wir zum Beispiel hier machen. Wir können das eigentlich überall machen, weil wir von Fahnen noch ziemlich viel haben. Das Witzige ist nur, dass es sich halt sehr schnell ausbreitet. Ich kann es hier hinsetzen und hier auch. Und dann wird es sich innerhalb von wenigen Stunden über die ganze Fläche ausbreiten. Das ist einfach Unkraut. Einfach Unkraut, was sich extremst schnell ausbreitet. Nicht ausbildet. So, Fackeln brauchen wir dann auch. Denn wir müssen folgendes tun. Das Ei neben eine Fackel stellen. Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob die Version gerade backt oder nicht. Das werden wir jetzt herauskriegen. Manchmal backt sie ein bisschen rum. Rechtsklick. Funktioniert alles prima. Und ihr habt gesehen, das waren jetzt 5 Sekunden und auf einmal ist es hier rausgeschossen. Also es geht einfach schnell mit diesem Unkraut. Zum Beispiel hier ist noch nichts. Hier auch nicht. Aber hier in der Mitte. Sofort rausgeschossen. Es geht ratzfatz. So, das Ei wird auch ratzfatz gehen. Das sind nur noch wenige Sekunden. Um genau zu sein, sind es noch 80 Sekunden, die wir jetzt warten müssen. Und dann ist dieses Ei geschlüpft. Und in diesen 80 Sekunden werde ich nochmal schauen, wie alt denn jetzt unsere Pachycephalosaurier sind. Weil die wurden ja seit Tagen auf 13 Tage angezeigt und werden sie immer noch. Also wir sehen schon hier eindeutig in dieser Mod ein Fehler drin, dass die Pachycephalosaurier nicht älter als 13 Tage angezeigt würden. Oder werden. Genauso ist es auch bei allen anderen Dinosauriern. Die werden alle nur bis zu einer bestimmten Tageszeit angezeigt. Danach geht es nicht mehr. Wahrscheinlich denkt einfach der Mod-Ersteller. Ist ja einfach davon ausgegangen, okay, nach 13 Tagen sterben die sowieso eigentlich irgendwie. Aber bei mir sterben sie halt nicht. Und von daher leben sie für immer weiter. Oder vielleicht war irgendwie 13 Tage so wirklich das maximale Hochalter. Und irgendwie haben wir es geschafft, die länger leben zu lassen. Ich weiß auch nicht. Kann alles sein. So 60% fast. Ich rechne das gerne in Prozent. Hier steht zwar nichts mit Prozent. Aber wenn man es genau nimmt, kann man es ja eigentlich gleichsetzen. Und dann wären es wieder Prozent. Und komm, wer rechnet von euch nicht gerne Prozent? Kennt ihr das vielleicht, wenn ihr irgendwie eine Strecke lauft? Wenn ihr gerade mal am Joggen seid. Ihr wollt 10 Kilometer joggen oder 20, was weiß ich. Dann immer schön morgens vor der Schule. Und dann habt ihr so ein schönes, so eine schöne Armbanduhr, die einen Kilometerzähler hat. Und dann zeigt sie euch an von euren 10 Kilometer, 5 Kilometer. Und dann könnt ihr so sagen, ja, ich habe schon 50% geschafft. Wobei ich glaube, dann sagt man eher die Hälfte. Aber dass man sich das halt so in Prozent ausrechnet. Zum Beispiel, ich habe das zum Beispiel, wenn ich mal schwimmen gehe, dann ein paar Bahnen schwimmen oder so. Dass mir das immer ein Prozent ausrechnet, wie viel ich von den Strecken jetzt geschwommen bin. Wenn ich mir nämlich vornehme, okay, ich will jetzt 100 Bahnen schwimmen, dann bin ich gerade bei 37 Bahnen und sage, yay, 37%. Also, ich mache das immer ein Prozent meistens. Aber es macht natürlich jeder für sich, genauso wie man jeder für sich irgendwie auch, keine Ahnung, jeder hat seine eigenen Methoden, wie er was macht. Aber okay, in zwei Sekunden ist es auch fertig. Wir warten gespannt und wir sehen schon ein neuer Dino, ein Ankylosaurus. Und jetzt mal im Ernst, guckt ihn euch an. Also, wenn der nicht genial aussieht, weiß ich auch nicht. Ist der nicht süß? Ein Ankylosaurus ist das. Ja, ich habe den auch noch nicht gesehen in Minecraft Dinosaurs. Für mich ist das auch komplett neu. Ich kenne den zwar schon aus dem Fernsehen, da ist er ein Megastar. Also, ich habe ja früher sehr viele Dino-Dokumentationen gesehen oder auch damals, als ich noch ganz klein war, in einem Land vor unserer Zeit. Das ist auch schon ewig her. Ich weiß noch, damals der erste Film. Ja, das waren noch Zeiten. Und wir sehen schon, Ankylosaurus hat auch einen großen Magen, 500 kann er verschlingen. Schon nicht schlecht. Und was ich eigentlich an ihm so cool finde, naja, ist er einfach direkt richtig gepanzert. Das heißt, wenn man auf ihn rausspringt, geht nicht. Weil er hat ja einfach seinen Panzer, wo man einfach, wo er nichts durchlässt. Das heißt, wenn T-Rex da reinbeißt, aua, das würde wehtun. Und was nochmal ziemlich zur Verteidigung ist, ist hier sein Schweif. Er hat am Ende des Schweifes eine Keule, mit der er alles umhauen kann. Normalerweise sind da noch Stacheln dran. Wobei, da kommt es auch auf die Art, die Unterart an, des Ankylosaurus, beziehungsweise ich glaube, es gab da mehrere Keulen-Dinos, nenne ich sie einfach mal. Keulen-Dinos, die halt hinten am Schweif eine Keule hatten. Und wenn er damit ausholt, das ist schon eine mächtige Waffe. Der kann auch schon den einen oder anderen T-Rex im Ernstfall umknocken, würde ich mal sagen. So, eine einzige Schwäche ist eigentlich so die Unterseite. Ne, der Kopf, der ist eigentlich auch noch sehr gepanzert, auch wenn das jetzt hier gerade nicht so aussieht. Ne, der ganze Körper ist eigentlich gepanzert, aber die Unterseite, wenn er einmal da raufhält, dann ist er leichte Beute. Weil die Unterseite ist nicht gepanzert, so weiß ich, ne. Also ist auf jeden Fall schon sehr defensiver, Dino. Den sollte dann auch ein ausgewachsener Fleischfresser nicht so leichtfertig angreifen. Wie das in Minecraft Dinosaurs ist, weiß ich nicht. Ich schätze mal, ich weiß gar nicht, ob der Mod-Ersteller das mit reingebracht hat. Aber ich glaube, dass unser Ankylosaurus sich immer verteidigen kann, gegen jeden anderen Dino auch. Wobei, was glaubt ihr? Gibt es einen Dino, der stärker ist als der Ankylosaurus? Sich besser verteidigen kann, was weiß ich. Ich weiß es nicht. Aber ich bin auch im Überlegen mit den Fahnen jetzt. Das Problem ist ja, also mit Fahnen meine ich das hier, die Fahne. Und das Problem ist, bei den Fahnen, wenn alles hier voll ist, dann können wir den kleinen Racker hier gar nicht mehr sehen. Weil da halt alles voller Fahne ist. Deswegen müssen wir entweder warten, bis er größer ist. Oder ich mach das einfach weg. Aber ich glaube, ich lass das erstmal, weil es sieht einfach schön aus. Wir sind das ja schon im anderen Gehege. Ich geh da kurz mal hin. So, Tür natürlich immer schließen. Das ist sehr wichtig, weil sonst, ihr seht schon, sonst kommt ihr hier lang und sieht schon, ah, Tür offen, geh ich mal lang. Das ist nämlich das Problem. So, hier sehen wir schon unsere schönen Parchicephalosaurier. Das sind einfach perfekte Dinosaurier, die man auf jeden Fall braucht. Weil, guck mal, das sind hier quasi die, die mit dem Schädel stoßen. Und der Ankylosaurus ist halt jemand, der stoßt mit seinem Schweif. Also, mit dem Ende seines Schweifes ist also komplett das Gegenteil von dem, des Parchicephalosauriers. Das sind wirklich zwei Dinos, die gut zueinander passen. Ja, und ich finde diesen, ja, ich weiß nicht, ich finde den Ankylosaurus auf jeden Fall ziemlich genial. Und wenn ihr ihn auch genial findet, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und was so viel wichtiger ist, schreibt mir mal einen Namen für ihn. Dieser kleine Ankylosaurus, wie könnte man ihn nennen? Mir würde spontan Anke einfallen. Ich weiß auch nicht, es wäre sowohl ein Spitzname als auch ein Name für den kleinen Racker hier. Anke. Es würde auch ziemlich passen. Aber ich weiß nicht, Anke ist irgendwie so ein altmodischer Frauenname. Ich weiß nicht, und ich weiß auch nicht, ob der weiblich oder männlich ist. Also, das müsst ihr mal entscheiden. Wir haben bisher, glaube ich, haben wir überhaupt weibliche Dinos. Ich weiß es nicht. Also, falls ihr einen Namen habt, dann könnt ihr den ruhig mal in die Kommentare schreiben. Das kann jeder Name sein. Also, ihr könnt ihn meinetwegen nach eurem Namen benennen, aber auch nach jedem anderen. Also, Hauptsache, ihr schreibt irgendeinen Namen in die Kommentare, wo ihr denkt, oh, das ist ein schöner Name. So könnte er doch heißen, Askalta. Das schlage ich dir jetzt vor. Bitte, bitte macht das. Das könnt ihr gerne machen. Und das würde mich auf jeden Fall freuen, damit wir auch einen Namen für diesen kleinen, kleinen Racker haben. Was ich mich jetzt schon frage, ist, wie sieht er von der Unterseite aus? Man kann so einen Dino irgendwie nicht von der Unterseite sehen. Beziehungsweise ist das nicht so leicht. Dann müsste man hier Glas bauen und sich dann hier runterbuddeln. Aber das frage ich mich wirklich. Wie der von der Unterseite aussieht, ob er da auch gepanzert ist oder nicht. Ich schätze aber mal nicht. Also, ich glaube, die sind nicht gepanzert. Und das ist halt ihre Schwachstelle. Und ich vergleiche den irgendwie so ein bisschen mit einer Schildkröte. So ein bisschen. Wobei, was ich mich auch schon immer gefragt habe, ist, wie dick da, beziehungsweise dickdrie, von der Unterseite aussieht. Das dick da. Man sieht es einfach immer nur, wie es in der Erde rum wird, aber man weiß nie, wie es von der Unterseite aussieht. Hat es da Füße oder hat es da irgendwie, keine Ahnung was, ne? Irgendwie ein, weiß ich nicht, irgendwelche Flossen oder Bohrer oder so eine Schaufel. Ich weiß es gar nicht. Das habe ich mich auch schon immer gefragt. Keine Ahnung, wer weiß, wer weiß. So, wir werden aber erstmal schlafen gehen. Das ist nämlich Nacht. Und was macht man nachts so? Oder was sollte man eigentlich nachts machen? Was ich leider, wo ich leider auch nie zukomme. Das ist nämlich schlafen. Ja, schlafen sollte man. Na ja, ein schöner neuer Tag. Aber ich vergesse es leider immer. Das ist ein großes Problem. Ihr seht hier schon ein sehr, sehr schönes Bild. Und zwar hat dieses Bild auch wieder eine Bedeutung, die ihr jetzt lösen müsst. Ich werde sie dann in der nächsten Folge lösen. Aber dieses Bild hat wie immer eine Bedeutung. Hier seht ihr schon einen Diener und hier der Dino-König als Kalter und hier noch was. Vermute mal, das ist ein Sarkophag, aber ich weiß es nicht genau. Und ihr müsst mir mal eure Deutung dieses Bildes in die Kommentare schreiben. Meine Deutung werdet ihr dann am Ende der Folge erfahren. Aber erstmal schreiben wir eure, damit eure Meinung noch, also ja, unbeeinflusst ist. Damit ihr jetzt nochmal eure Meinung schon reinschreiben könnt. Und dann könnt ihr ja mal vergleichen, was ich so wie ich das deute. Dann kann ja jeder anders interpretieren, beziehungsweise deuten. Und, ja, aber es würde mich halt schon mal interessieren, was ihr da so zudenkt. So, Steak, wollen wir nehmen? Wir lieben Steak. Ist auch mal was anderes nach dem langen Fisch. Und ich habe die ganze Zeit Fisch gegeben, gegeben, gegessen. Ich habe die ganze Zeit Fisch gegessen und, oh, ich war schon ein richtiger, Vegetarier. Und jetzt, na, jetzt bin ich hier wieder ein Fleischfresser. Okay, wir sehen hier einen Mosasaurus, der sehr verletzt ist. Der wahrscheinlich wieder ein bisschen Fisch produziert hat. Na, eigentlich hätte ich wirklich diesen Mosasaurus wirklich mal entlassen können. Ich könnte diese Mosasaurus-Farm beenden. Wir haben genug Fisch für unser Lebensende. Wir haben Fisch für ungefähr 400 Folgen Dinosaurs. Also wir brauchen keinen Fisch mehr. Wir haben gesehen, durch einmal zum Mosasaurus gehen, einmal am Tag, 32 Fisch. Ihr wisst, wie lange wir damit auskommen. Ziemlich lange. Wenn wir den noch braten, dann füllt das so 2, 3 auf. 2, 3 Hungerbalken. Und damit kann man schon sehr, sehr lange auskommen. Also theoretisch brauchen wir die Fischfarben nicht, aber ich lasse sie trotzdem mal da. Bei so einem Mosasaurus, der letzte gefangene Mosasaurus, vielleicht doch nicht schlecht. Guck mal, Spino. Guck mal, der ist auch echt riesig geworden. Das ist mir gar nicht aufgefallen früher. Ich dachte früher, so groß ist er ja gar nicht. Aber wenn ich mir den jetzt mal angucke, der ist einfach... Ja, der ist einfach ein Riese geworden. Riesengroß. Aber ich weiß nicht, ob er größer ist als der T-Rex. Ich glaube, aber ein bisschen durch seinen Kamm vielleicht. Der ist auf jeden Fall ein großer Dino. Ist auch ein sehr cooler Dino, aber der ist auch zu... Ja, also es hat auch einen Sinn, dass er eingesperrt ist. Warum hat man mal gesehen? Dadurch ist halt das hier entstanden. Das ist da so ein bisschen... Der ist da einmal ausgebrochen, hat alles zertreten und dann... Das war dann nicht so schön. Deswegen ist er jetzt hier im Elektrozaun und das ist schon sehr gut. Stell euch mal vor, er bricht einfach mal aus und zertrampelte unser ganzes schönes Dino-Dorf. Das wäre einfach unglaublich schlimm. Stimmt, Brachiosaurier? Das stimmt. Deswegen, aber wir werden mal zurückgehen zu unseren Ankylosaurus, denn ich will mal wissen, was du überhaupt isst. Falls du mal Hunger kriegst, müssen wir ja wissen, was du isst. Denn nicht, dass er irgendwie nur so eine Sonderpflanzen ist, die man nirgendwo findet. Das wäre ja unglaublich schlecht. Dann ist er irgendwelche tasmanischen Wunderheilkräuter, die wir noch gar nicht haben. Und dann würde er eiskalt verhungern, wenn er nichts anderes isst. Deswegen müssen wir jetzt wissen, was isst er. Und wenn er auch Sachen isst, die wir sowieso schon haben, dann kein Problem. Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn er Fisch isst, aber es wäre mir ein bisschen komisch, ein Pflanzenfresser, der Fisch isst. Naja, warum nicht? Aber ich glaube, die Chance ist sehr gering. Stimmt es Ankylosaurus? Oh Gott, wir sehen ihn fast gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo er gerade ist. Wir werden ihn mal finden, denke ich. So groß ist das Geige nun nicht. Aber ich glaube, es reicht. Ich habe mir schon viel Mühe gegeben bei den Geige. Es hat insgesamt, glaube ich, eine Stunde gedauert, das zu bauen. Und ich hoffe, es reicht. Also, wenn es nicht reicht, wäre schade. Ich mag gerne Melonen. Melonen mag ich auch gerne. Äpfel. Äpfel mag ich auch gerne. Sind aber leider nicht so leicht zu bekommen. Dafür müssen wir immer die Baumkronen zerstören. Brot mag ich auch gerne. Und Kartoffeln. Leckere, saftige Kartoffeln. Ohne Witz. Kartoffeln, das ist es. Das sind die besten Lebensmittel. Kartoffeln. So was muss man heutzutage essen. Also, ich finde es schon gut, was er alles so ist. Ist zwar nicht so die große Auswahl. Aber ist eine Auswahl. Zum Beispiel eine Melonen. Farm hatte ich ja schon länger in Planung. Und da würde sich das perfekt anbieten, denen dann ein paar Melonen zu geben. Aber es gibt halt eine total geile Möglichkeit, eine vollautomatisierte Melonen-Farm zu bauen. Habe ich letztens, als ich mit ein paar Kumpels auf dem Server gespielt habe, haben wir so eine kleine Melonen-Farm entwickelt. Und die wollte ich dann gerne mal bauen. Könnten wir auch nochmal bauen. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Müsste ich nur mal schauen, wo wir das Ganze bauen. Habe ich noch keine Ahnung. Aber wir werden auf jeden Fall noch einen Platz finden. Aber ansonsten war es dann aber auch mit dieser Folge. Wir haben ja unseren super Ankylosaurus jetzt, der total neu ist. Und ich will ihn jetzt nicht immer Ankylosaurus nennen. Das wäre nämlich ziemlich nervig. Also denkt euch am besten mal irgendwie, ja, irgendwie einen Namen für den kleinen Racker hier aus. Ansonsten wäre das echt fatal, wenn wir ihn immer Ankylosaurus nennen müssten. Aber okay, das war es dann auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt den Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann auch. Oder dann halt einen Daumen nach unten. Und sonst wünsche ich euch weiter viel Spaß. Macht's gut und natürlich bis zum nächsten Mal.